In dieser KI-News-Ausgabe schauen wir uns wieder viele bedeutende News an, die uns zeigen, in was für einer krassen Revolution wir gerade stecken. Durch KI verändern sich viele Bereiche, viele Branchen. Wir werden sehen, wie zum Beispiel Softwareentwickler immer schwerer haben werden in Zukunft, wie die Zukunft von Videospielen aussehen wird. Und die ganzen neuen Features, Tools und Updates zeigen uns, dass es so gut wie jeden Bereich, jeden Beruf, auch gesellschaftliche Sachen beeinflussen wird. Und das ruft natürlich auch immer mehr Regierung auf den Plan. Und Gesetze werden da mehr und mehr kommen und da gibt es gerade viele Bemühungen. Das schauen wir uns an und alles weitere Wichtige, was du wissen musst. Los geht's. Es gibt mehr interessante Infos zu dem bevorstehenden Modell-Update und neuen Modell von OpenAI, was einen sehr, sehr großen Leistungssprung verspricht. Und dadurch wird es dann natürlich noch viel mehr nützliche Anwendungen geben, die mit der aktuellen KI vielleicht nicht möglich sind. Einfach weil es dann noch fehlt, was die Denkfähigkeiten der KI angeht. Und so weiter und so fort. Aber das scheint hier mit diesem Ansatz sich krass zu verbessern. Und zwar haben wir ja die letzten Ausgaben schon öfter über das Strawberry-Modell gesprochen von OpenAI. Und jetzt gibt es, wie gesagt, noch ein paar Informationen. Und zwar könnte dieses Strawberry-Modell nur im Hintergrund quasi eine Zuarbeit sein für diesen eigentlichen GPT-5-Upgrade, wahrscheinlich hier auf OIN sein. Schauen wir uns mal an, was hier in dem Artikel steht. Und zwar soll eben dieses Update, wie schon angekündigt, deutlich besser sein im Problemlösen und unter anderem auch in komplexer Mathematik. Das ist ja bis jetzt kaum möglich, mit Sprachmodellen da gute Ergebnisse und zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. Das soll sich hier eben mit dem Update sehr ändern. Schauen wir uns hier mal ein bisschen an, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze sehr viel besser wird. Und zwar wird mit Strawberry die KI tatsächlich in der Lage quasi zu denken. Bisher war es ja eher so, dass ein Sprachmodell Muster erkannt hat und dann aus den Trainingsdaten das intelligent zusammengestellt hat. Und dadurch wird es auch eben in der Lage sein, zum Beispiel eine langfristige Planung zu machen, zu den ganzen Mathematikverbesserungen, die ich schon angekündigt habe. Also auch eine langfristige Planung, wo dann auch konkret strategisches Denken gefragt ist und dann vielleicht auch die Strategien, verschiedene Steps, die eben wie gesagt langfristig ausgerichtet sind. Und das Besondere ist eben hier, Strawberry hat die Fähigkeit, sich selbst Dinge beizubringen, indem es zum Beispiel quasi wie in einem Spiegel blickt, wie es hier steht, und dann sich mit der Zeit selbst verbessert. Aber wie es hier eben steht, ist Strawberry quasi nur ein Vormodell zu dem eigentlichen nächsten Step. Und das wird Orion sein, der große nächste Step. Und eben Orion könnte das potenzielle neue GPT-5 werden und die nächste Evolutionsstufe von Large Language Models. Und die beiden Modelle arbeiten eben so zusammen, dass Strawberry quasi synthetische Daten erstellt, die bei Orion einfließen. Also aktuell ist ja so, dass so ein bisschen das Hindernis ist, um bessere KIs noch zu entwickeln, dass die aktuellen KIs quasi schon mit allen Daten, allen Texten, die es im Internet gibt oder überhaupt gibt, schon trainiert sind und das wohl OpenAI lösen, indem sie mit Strawberry synthetische, hochqualitative synthetische Daten generiert, die dann Orion bekommt und damit trainiert wird. Und Strawberry soll eben, wie es hier steht, sehr, sehr perfekt kuratierte Informationen haben, die es dann zum Beispiel auch aus dem Internet mit einer autonomen Internetsuche aufsammelt und perfekt strukturiert, perfekt kuratiert miteinander kombiniert. Und dadurch wird das ganze Modell zuverlässiger sein, wie es hier steht, und weniger halluzinieren, was ja aktuell noch ein großes Problem ist bei KI-Modellen. Und insgesamt, wie es dann hier steht, werden AI-Interaktionen natürlich viel nützlicher, viel natürlicher und viel wertvoller werden die Antworten auch sein. Und so eine mächtige KI kann natürlich dann auch solche Sachen wie AI-Agents ermöglichen, die dann wirklich Smart Tasks ausführen können und wirklich auch verschiedene Apps miteinander verbinden im Hintergrund und das Ganze natürlich auch zuverlässig machen. Und wie es hier steht, in der Theorie scheint es auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend zu sein. Und da können wir wirklich sehr gespannt sein. Im Herbst, auf dem Open AI Death Day wird es wahrscheinlich angekündigt, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Aber wie gesagt, das Ganze, was hier steht, der Link ist natürlich auch wie alle anderen Links unten in der Beschreibung, klingt das Ganze sehr, sehr vielversprechend und da dürfen wir sehr gespannt sein. Und da solche Modelle natürlich immer mächtiger werden und tendenziell viel größeren Einfluss und Impact auf die reale Welt haben können, sowohl in positiver, aber natürlich auch in negativer Hinsicht, gibt es eine Tendenz, dass diese großen Tech-Unternehmen mehr und mehr mit Regierungen zusammenarbeiten. Und hier zum Beispiel hat Sam Oldman, der CEO von Open AI, geschrieben, dass diese Modelle pre-released werden mit USAI-Safety-Institutionen, die dann die Modelle testen zuerst und dann entweder ihr OK geben oder sagen, das geht so weit, da muss noch was geändert werden, ist natürlich die Frage, was da für Leute sind, ob die wirklich das Know-how haben, das alles zu überblicken. Aber wie gesagt, die Tendenz geht dahin, dass sowohl Open AI, wie es hier steht, als auch in Swarfic Deals machen mit der US-Regierung und dass da ihre Modelle quasi aufgemacht werden, getestet werden und genau untersucht werden, was da die Auswirkungen sein könnten, wenn diese Modelle dann eben breit verfügbar gemacht werden für die Öffentlichkeit. Damit zusammenhängt und groß in den News war zuletzt auch dieses California Bill, also ein AI-Gesetz aus Kalifornien, wo viel geregelt wird, was AI-Sachen angeht und dass AIs eben wirklich Sicherheitstests bestehen müssen, aber auch ein paar andere regularieren, dass zum Beispiel AI-Firmen belangt werden können, wenn Leute, Einzelpersonen großen Schaden anrichten, basierend auf Antworten von ihren KIs, hier von den Tech-Unternehmen. Und da sind auch viele Sachen drin, wo einige Unternehmen nicht einverstanden sind, einige Tech-Unternehmen. Aber wie es eben hier steht, zum Beispiel auch einige Unternehmen wie Open AI, Adobe und Microsoft befürworten auch große Teile des Gesetzes zumindest. Und das ist natürlich wichtig, wenn Kalifornien da vorangeht mit einem umfassenden AI-Gesetz, weil da ist natürlich der Sitz von vielen diesen Tech-Unternehmen. Und eine wichtige Sache von diesem Gesetz ist, dass Wasserzeichen erforderlich werden für AI-Content. Und das ist für die großen Firmen hier soweit auch okay. Das werden jetzt nicht Wasserzeichen sein, wie man das vielleicht von Bildern kennt, die sichtbar sind mit dem menschlichen Auge. Das werden eher Wasserzeichen sein, die in den Meta-Angaben sind von den Content-Pieces. Und da spricht jetzt auch erstmal nicht viel dagegen. Nichtsdestotrotz wird es natürlich auch weiterhin Wege geben und Fälle geben, wo mit AI-Content Betrug und Fake verbreitet wird. Aber tendenziell gibt es auf jeden Fall diese Entwicklung, dass Wasserzeichen kommen bei AI-Content und dann zum Beispiel Plattformen wie Instagram das automatisch anzeigen können und Nutzer darauf hinweisen können, dass Sachen komplett KI-generiert sein können. Kommen wir zu einem Vorflag der Firma Interclawed. Und zwar haben die einen bemerkenswerten Schritt gemacht. Und zwar haben die ihre System-Prompts veröffentlicht. Die kannst du dir auf der Webseite anschauen. OpenAI und so weiter, die haben das nicht gemacht. Oder Google. Aber das sind halt Prompts, die von den Unternehmen dem LLM automatisch mitgegeben werden und bei jeder Anfrage von einem Nutzer quasi mit durchlaufen. Hier wird dem LLM zum Beispiel die Info mitgegeben, dass es clort ist. Dass, wenn Leute natürlich auch fragen, clort, hey, wie sieht es aus, dass die KI weiß, ja, es geht gerade um mich und so weiter und so fort. Und ein paar andere grundlegende Sachen, zum Beispiel solche Sachen, wie das höflich sein soll. Oder auch solche Sachen, dass es bei strittigen Sachen, zum Beispiel politischen oder gefährlichen Sachen, sehr, sehr vorsichtig sein soll, bei dem Antworten generieren. Oder dass es nicht hallucinieren soll. Auch ganz interessant, eben wirklich was in den System-Prompts drinsteht, um vielleicht auch sein eigenes Prompting nochmal zu verbessern. Oder auch zum Beispiel diese System-Prompts sind nicht in der API drin, wenn man die API nutzt von Cloud. Und da kann man sich natürlich Inspirationen, was man da reinschreiben kann. Und auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das mal durchzugehen. Würde ich jetzt aber nicht weiter im Detail machen. Kannst du dir auch in Ruhe anschauen, wenn das interessant ist für dich. Und ein weiteres Update, was bei Cloud jetzt verfügbar ist für alle, ist das Artifacts-Feature. Und darüber habe ich auch schon mehrfach gesprochen, dass es ein sehr, sehr geiles Feature ist, was auch bei OpenAI bestimmt kommen wird, über den Dev Day, also bei ChatGBT. Und das Artifacts-Feature ist eben, dass man hier einmal links im Panel hat man den normalen Chat, aber kann sich rechts direkt anschauen, live anschauen und damit auch interagieren hier. Was eben Cloud die KI entwickelt, zum Beispiel hier eine Webseite oder ein Tool oder auch Grafiken. Und die kann man dann auch live weiter bearbeiten hier. Und dann wird das hier angepasst. Sehr, sehr geiles Feature. Wenn du bei diesem genialen Feature ein bisschen mehr einsteigen möchtest und wirklich viele smarte Anwendungsfälle sehen möchtest, was damit alles möglich ist, kannst du dir hier unseren Workshop anschauen. Ein Link dazu ist unter dem Video. Und da zeigen wir zum Beispiel, wie wir ein SEO-Tool entwickeln, aber hier auch eine Präsentation oder ein Quiz oder auch ein Spiel sogar. Und das gibt dir viel Inspiration, wie du das Artifacts-Feature für deine Projekte dann konkret benutzen kannst. Dieser Workshop war live in unserer Membership, biete ich jetzt aber auch über Neuland ProLearn als Einzelkauf an für nur 9 Euro. Also wenn dich das interessiert, check das definitiv mal aus. Google hat ein neues Update für Gemini bekannt gegeben. Gemini wird generell immer besser und vom Schreibstil ist es echt auch wirklich gut und kann teilweise besser schreiben als ChatGBT, würde ich sagen. Nicht so robotermäßig, sondern wirklich natürlicher, menschlicher. Und generell, wenn du zum Beispiel auf einer Plattform viele verschiedene AI-Modelle ausprobieren möchtest und hier kannst du auch mit einem Subscription, mit einer 20 Dollar, glaube ich, oder Euro monatlichen Gebühr, kannst du hier auf alle möglichen Modelle zugreifen. Wenn du überall ein Premium-Modell abschließen würdest, wärst du hier bei sehr, sehr viel mehr Geld, als was das monatliche Subscription-Modell hier kosten würde. Und zwar heißt die Plattform PO und hier kannst du, wie du siehst, zum Beispiel Cloud ausprobieren, Ideogram ausprobieren, GPT-4O, Flux, auch sehr interessant, hatten wir bei der letzten Ausgabe drin, ein sehr, sehr guter Bildgenerator. Und hier kannst du wirklich viele Sachen ausprobieren und eben auch zum Beispiel Gemini, wenn du zum Beispiel da jetzt nicht advanced haben möchtest, denn zum Beispiel hier, die neuen Updates kommen teilweise nur für advanced raus und so ist es ja bei vielen KI-Modellen. Und wie gesagt, hier kannst du alle möglichen KI-Tools ausprobieren und dann auch mit einem insgesamt gesehenen, günstigeren Abo-Modell alle benutzen. Kommen wir zurück zu dem Gemini-Update. Und zwar gibt es da jetzt Custom Gems, wie sie das nennen. Und Gems geht so ein bisschen in die Richtung von GBTs bei OpenAI. GBTs hatte ich ja schon mehrfach erwähnt und haben ja auch eine Masterclass zu, sind super wichtig, um viel mehr aus Chat-GPT rauszuholen, um viel produktiver zu werden, um eben ganz spezielle GBTs zu erstellen, was quasi vorkonfigurierte Chat-GPTs sind, auf eine spezielle Task ausgerichtet sind, trainiert sind und angewiesen sind. Und so ein bisschen geht er auch in die Richtung Gems, was auf jeden Fall ein cooles und wichtiges Update ist. Vor ein paar Wochen hat ja auch Claude mit Projects ein ähnliches Update rausgebracht. Und wir sehen eben hier, dass die Sprachmodelle sich auch in dem Feature-Bereich immer mehr annähern. Und Gems ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Aber wie gesagt, erst mal nur in Gemini für Gemini Advanced Nutzer verfügbar. Und außerdem, leider nicht in Europa, aber generell auch ein sehr, sehr starkes Bildgenerierungstour mit Imagine 3. Und sehen wir hier ein paar Bilder, dass das wirklich hochqualitative Bilder sind. Und die hatten ja auch mal das Problem, dass sie mit ihren KI-generierten Bildern eine große Debatte ausgelöst haben und dann das Feature zwischenzeitlich auch gestoppt haben. Das haben die jetzt in den Griff bekommen. Und hier werden eben tendenziell keine strittigen Bilder mehr generiert. Außerdem, was noch ganz interessant sein kann, wenn du auf der Suche bist, immer nach besseren Prompts oder dein Prompting zu verbessern, hier gibt es eine Prompt-Gallery auf der Google-Seite von Gemini für Gemini. Und da kannst du mal durchgehen, was es hier so für Prompts gibt und wie du vielleicht auch die KI oder Gemini benutzen kannst, für welche Anwendungszelle. Hier zum Beispiel, um dir Videos zusammenzufassen und so weiter und so fort. Und hier bei AI Studio passt du eben auch Zugriff auf die ganzen neuen Modelle, die es gibt. Auch teilweise zum Testen verfügbar. Und auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Noch ein cooler kleiner KI-Tipp, Gemini-Tipp beziehungsweise Google-Tipp wurde in unserem Membership dieser Woche geshared von einem Member, der das entdeckt hatte. Ich kannte das noch gar nicht. Und zwar, wenn du Google Chrome-Browser-Nutzer bist, kannst du hier in der Adresszeile Ad eingeben und dann Gemini. Und dann kannst du hier Chat with Gemini aktivieren und dann deine Frage an die KI direkt im Browser schnell und unkompliziert stellen. Und das ist natürlich eine coole Sache, um hier schnell mit Gemini in den Austausch zu gehen. Und du siehst, wie schnell das auch Ganze geht. Hier habe ich zum Beispiel einfach mal gefragt, was ist 9.9 Pro? Dann wird hier das normale Gemini-Interface geöffnet und hier, soweit ich das sehe, auch richtig beantwortet und als Quelle sicher unsere Webseite benutzt. Nachdem in den letzten Wochen das KI-Bildgenerierungstool Flux sehr, sehr im Fokus stand, weil es wirklich sehr, sehr beeindruckende, realistische Bilder auch generieren kann, kam jetzt Ideogram raus mit einem Update auf zwei. Und eben dieses Modell, dieses Update ist auch richtig stark und kann sehr, sehr gute Bilder generieren. Auch sehr, sehr realistisch aussehende Bilder. Und du hast dir auch jeden Tag ein paar kostenlose Credits zur Verfügung. Kannst hier was reinschreiben, dann auch verschiedene Modelle auswählen. Entweder hier auf Auto lassen oder wenn du zum Beispiel designen möchtest für ein Thumbnail oder Sonstiges. Hier hast du auch noch ein paar weitere Optionen. Kannst dir auch eine Farbpalette auswählen oder auch dein Custom, wenn du die Premium-Variante hast, wenn du zum Beispiel an deinen Unternehmensfarben ausgerichtet haben möchtest. Sehr, sehr benutzerfreundlich alles. Und wie gesagt, kann man damit einmal sehr, sehr realistische Bilder generieren. Und da stimmt meistens auch alles, wie zum Beispiel Hände, aber auch die Gesichter sehen sehr, sehr realistisch aus. Aber besonders stark ist eben im Texte generieren, womit es sich zum Beispiel sehr, sehr gut anbietet, um Grafiken für Social Media zu erstellen, für Thumbnails, für vielleicht Newsletter-Bilder, Blogpost-Bilder. Hier siehst du ein paar Sachen, die ich generiert habe. Für die Membership zum Beispiel neue Masterclass. Hier siehst du ein bisschen sehr, sehr hochwertiges, fotowrealistisches Bild im Vordergrund und ein hochwertiger Text davor gelegt. Oder hier auch für den Newsletter auch längere Texte richtig geschrieben. Und wie gesagt, die Hände richtig geschrieben. Das sind schon sehr, sehr gute Outputs. Und ja, kann von der Qualität auf jeden Fall mit Flux mithalten. Als Unterschied ist der eher, dass man mit Flux viel flexibler ist. Ich hatte ja schon auch angedeutet, dass man Flux auch trainieren kann, zum Beispiel mit seinem eigenen Gesicht. Oder generell die KI trainieren kann, zum Beispiel auch an Unternehmens-, an Produkten. Zum Beispiel kann man Produkte hochladen und die dann in verschiedenen Szenen platzieren und KI-Bilder dann generieren, um zum Beispiel sehr, sehr kostengünstig und schnell diverse Produktbilder zu bekommen. Oder eben auch von einem Influencer oder einem Model. Das geht hier nicht mit diesem geschlossenen Modell von Ideogram. Aber das hier ist natürlich viel benutzerfreundlicher, auch für nicht technikaffine Leute schnell zu benutzen. Und ja, wenn dich noch mehr zu Flux interessiert, da hatte ich auch ein längeres Video auf meinem anderen Kanal gemacht. Verlinke ich auch unter dem Video. Oder am Ende des Videos kannst du dir noch anschauen, was mit Flux möglich ist. Aber hier mit Ideogramm auf jeden Fall sehr, sehr gute Möglichkeiten, vor allem auch so für Social Media Manager oder eben um solche Grafiken zu bekommen. Definitiv auch eine Konkurrenz zu solchen Apps wie Canva, wofür das ja oft benutzt wird. Aber ich habe jetzt auch oft gesehen, für solche Sachen, wirklich zum Beispiel für die Membership oder andere Projekte, ist mein Weg. Deswegen jetzt öfter auch direkt zu Ideogramm und gar nicht mehr so oft mit Journey. Also mit Journey bekommt da auch immer mehr Konkurrenz für diverse Sachen. Nichtsdestotrotz, mit Journey gibt natürlich auch weiter Gas und haben jetzt hier ihre Web-Plattform für alle zur Verfügung gestellt. Also das ist nicht mehr in der Alpha, sondern du kannst jetzt hier mit diesen ganzen praktischen Features, zum Beispiel Aspect Ratio, unkonviziert einstellen oder hier Bilder hochladen als Vorlage, arbeiten. Und was auch noch benutzerfreundlich möglich ist, ist, dass mit Journey jetzt auch ein Web-Editor hat. Wenn wir das Bild mal nehmen und dann hier auf Editor klicken, öffnet sich hier ein kleiner Editor und hier können wir zum Beispiel was ausradieren. Sagen wir, wir wollen nur zwei Astronauten haben, können wir das zum Beispiel ausradieren. Empfiehlt sich ein bisschen größerflächig zu machen und dann könnten wir jetzt hier den Prompt anpassen, was jetzt anstelle hier erscheinen soll. Können wir zum Beispiel sagen Spaceship und dann können wir das abschicken und du siehst, hat man hier auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man hier auch das Format des Bildes schnell ändern, wenn man hier irgendwas am Rand hinzugefügt haben möchte und so weiter und so fort. Also ganz praktisch jetzt so ein Editor und dann wird das hier oben generiert neu und dann sind jetzt hier die Astronauten weg. Ein Spaceship sehe ich leider nicht so wirklich, das hat also noch nicht so richtig funktioniert, aber generell siehst du mehr Möglichkeiten, auch um KI-Bilder mehr seinen eigenen Vorstellungen anzupassen und dann muss man jetzt hier zum Beispiel nicht mehr den Umweg über Photoshop oder sonst was gehen, um zum Beispiel bestimmte Elemente aus dem Bild rauszubekommen. LTX Studio ist jetzt für alle verfügbar und nicht mehr in der Beta- beziehungsweise Warteliste-Phase. Kann jetzt sich jeder registrieren und was LTX Studio ist, ich hatte da schon mal berichtet in diesen Kalinos-Ausgaben, das ist quasi ein All-in-One-Tool, um Filme zu erstellen, Kurzfilme zu erstellen, also über Storyboard, Charaktere erstellen, Charaktere animieren und so weiter und so fort und dann auch die Szenen generieren. Leider ist der Videogenerator, der da im Hintergrund ist, jetzt nicht so gut wie OneWay, würde ich sagen zum Beispiel, aber das Ganze gibt natürlich schon mal einen Blick, wie das Ganze, in welcher Richtung sich das entwickeln könnte, dass zum Beispiel Filme für Einzelpersonen erstellt werden oder ganz individuelle Filme. Du siehst hier Storyboard, Charaktere auswählen, Charaktere verändern, viele Kontrollmöglichkeiten auch um deinen Film zu erstellen und die sind jetzt auch mit, im Zuge dessen, dass sie das öffentlich verfügbar gemacht haben, sind die auch mit vielen neuen Features rausgekommen. Man kann zum Beispiel den Charakter animieren, indem man hier eintippt, was der Charakter machen soll, hier zum Beispiel was Bestimmtes sagen soll oder Face Motion Capture kann man hier über die Webcam zum Beispiel vorgeben, was für eine Face Expression der Charakter machen soll und viele andere Möglichkeiten. Hier kann man zum Beispiel eine Skizze machen, die dann umgewandelt wird mit einem Prompt zusammen, dann in eine Filmszene und das sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Möglichkeiten und sehr, sehr spannend und definitiv ein Blick in die Zukunft. Durch GALI gibt es jetzt auch eine sehr, sehr interessante neue Animationstechnologie, womit man sehr, sehr beeindruckende Videos erstellen kann, wie wir gleich sehen werden und zwar Xlabs hat hier Video Generation Projekt D-Forum vorgestellt und das Ganze auch Open Source über GitHub verfügbar und damit kann man eben solche Animationen erstellen, die so endlose Übergänge erstellen, die halt wirklich sehr, sehr fesselnde Animationen und Videos erstellen, wo man ewig dranbleiben kann und wie gesagt, du kannst es hier auf GitHub herunterladen und das Ganze basiert eben auch auf Flux, dadurch eben auch solche besseren Animationen noch möglich hochwertiger und insgesamt besser und hier sehen wir ein bisschen, wie das Ganze funktioniert und was für schöne, kreative Sachen hiermit möglich sind und das Ganze sieht eben auch wirklich viel besser aus, als das andere KI-Sing bekommen oder hinbekommen haben, noch vor einem Jahr oder in einem halben Jahr und auch hier bei Animationen also und auch solchen neuen Stilrichtungen, die mit KI möglich sind, geht das Ganze sehr, sehr schnell voran und wie gesagt, du kannst es natürlich hier über GitHub installieren oder hier auch über D-Forum Studio, kannst du dir auch Credits kaufen und das Ganze unkompliziert über hier so ein, über einen Prompt schreiben und hier so eine ganz intuitiven User Interface erstellen. Hier können wir eben noch ein bisschen sehen auf der Startseite, was hier für coole Sachen erstellt wurden und das Ganze sieht auf jeden Fall schon ziemlich hochwertig aus und ziemlich coole Sachen wirklich. Für sehr viel Aufmerksamkeit in der KI-Welt hat in dieser Woche dieses Forschungspaper von Google Research gesorgt und zwar ein Diffusion Model, was in Echtzeit Spiele quasi erstellen kann und das Ganze sehen wir hier am Beispiel von Doom, ein sehr, sehr altes Spiel aus den 90er Jahren und das Ganze ist eben so krass und so besonders, weil das nicht irgendwie vorher programmiert wurde, sondern live in Echtzeit generiert wird quasi und das Ganze natürlich mit einer KI, mit einem Diffusion Model und das Ganze zeigt natürlich, dass Spiele in Zukunft nicht mehr programmiert werden, sondern von der KI generiert werden in Echtzeit und da gibt es natürlich dann sehr, sehr viele Möglichkeiten für unbegrenzt offene Welten zum Beispiel oder auch, dass man je nachdem, auf was man gerade Lust hat, sich eine Welt, eine komplette Welt erstellen kann und dann spielt jeder individuell quasi ein unterschiedliches Spiel, was niemals kein Spielestudio, keine Programmierer vorher entwickelt haben müssen, sondern was wirklich von einer KI live generiert wird und das Ganze ist natürlich so ein bisschen die Zukunft des Gamings auch und hängt auch so ein bisschen zusammen mit dieser News, hier ein AI-Code-Editor, den gibt es schon eine Weile, aber die haben jetzt auch nochmal eine große Funding-Runde eingesammelt, viel Geld eingesammelt und das Ganze ist eben ein, wie gesagt, AI-Code-Editor, wo AI sehr viel hilft beim Software entwickeln und auch von vielen großen Firmen benutzt wird und eben für immer mehr Aufmerksamkeit sorgt, immer mehr Leute nutzen das und die Softwareentwicklung geht sehr viel schneller. Gepaart so ein bisschen mit internen Dokumenten auch von Amazon war das glaube ich das Softwareentwickler. In Zukunft wird es nicht mehr viele geben und da ist gerade wirklich sehr viel im Wandel und ich glaube Entwickler müssen wirklich auch andere Skills erwerben beziehungsweise da ist natürlich ganz wichtig, dass die in ihrer Entwicklung solche Tools und KI clever mit einbinden und hier steht nochmal ein bisschen was dieser Cursor ist, also ChatGPT für Coding und jeder wird irgendwann bald in naher Zukunft schon in der Lage sein, komplette Apps, auch kompliziertere Apps, jetzt nicht einfach nur ein Snake spielen, sondern auch anspruchsvollere Apps in Minuten zu erstellen. Also jeder Mensch wird in der Lage sein, diverse Softwareanwendungen, die man gerade braucht, aufzusetzen und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen auch und sehr, sehr spannende Zeiten und da wird sich viel verändern und deswegen müssen natürlich auch solche Gesetze kommen, dass das Ganze auch alles geregelt abläuft, wie wir das eingangs berichtet hatten mit dem California Bill und auch ein bisschen in die Richtung geht, dass jetzt wahrscheinlich keine so schockierende Nachricht hatten wir glaube ich auch schon mal in den News drin, dass Plant AI, das ist quasi Phone Calls mit einer AI, dass Telefonanrufe alles mit einer AI gemacht wird. Also eine AI kann 100.000 Telefonanrufe parallel zeitgleich perfekt machen und ist dabei auch an allen möglichen Apps angeschlossen und kann zum Beispiel integriert werden mit einem Kalender, sieht, wann wer frei hat. Hier siehst du so ein bisschen, wie das in der Aktion aussieht. Also man kann hier mit einer AI einen Telefonanruf machen, die kann hier verschiedene Wege gehen, zum Beispiel ja auch bestimmte Sachen aufrufen, Apps aufrufen und so weiter und so fort und das hat natürlich auch weitreichende Auswirkungen für Sales, Customer Support, Operations und Product und das sind alles natürlich Meldungen, die haben auch wieder sehr, sehr viele Millionen Euro an Investitionen gerade eingesammelt und das auch zeigt natürlich, dass das die Zukunft ist und das kannst du natürlich ausmalen, wenn das alles für nahezu alle Branchen kommt, was das für krass Auswirkungen hat. Hier noch eine Meldung von Elon Musk, der seinen neuen Supercomputer Cortex zeigt in seinem Twitter-Video hier und auch sehr, sehr beeindruckend. Der geht natürlich hier auch voll all-in bei AI und wir hatten das eingangs so ein bisschen erwähnt, dass begrenzte Daten so ein bisschen ein Problem ist, um AIs noch fortschrittlicher zu machen. Da hat OpenAI jetzt die Lösung, dass es eben synthetische Daten erstellt, hochwertige synthetische Daten und die KIs dann füttert. Da gibt es auch Leute, die sagen, das kann auch zum Problem führen, zu einem Model Collapse heißt das glaube ich, dass Modells dadurch eben schlechter werden, wenn die mit synthetischen Daten trainiert werden, aber ja, OpenAI ist sich da sicher sehr sicher, dass das nicht der Fall sein wird und eben neben den begrenzten Daten ein weiteres Problem, um KIs besser zu machen, ist natürlich die Rechenpower beziehungsweise limitierter Strom oder limitierter Energie und deswegen ist natürlich auch sowas wichtig, um KIs noch mächtiger zu machen, was dann Elon Musk sicher für seine komplett selbstfahrenden Autos oder auch den Optimus-Roboter oder vielleicht auch Quark einsetzen wird. Und sowas braucht es auch natürlich dann zum Beispiel für den Optimus oder wenn jeder im Haushalt so einen Roboter hat, woran ja auch viele glauben, weil das natürlich auch tendenziell einen großen Mehrwert haben können, der Roboter, der zum Beispiel als Assistent auch in die physische Umgebung eingreifen kann und diverse Sachen erledigen kann, zum Beispiel im Haushalt. Und du siehst hier ein neues Update von Boston Dynamics mit dem Atlas-Roboter, wie besser das immer wird, wie einfacher die Bewegungen, geschmeidiger die Bewegungen werden und der ganze Roboter auch insgesamt immer mehr so aussieht, dass man sich vorstellen könnte, dass der irgendwann in jedem Haus umspringt. Das waren soweit die News für diese Woche. Ich glaube, du hast gesehen, wie viele spannende Entwicklungen da dabei sind, die uns so ein bisschen zeigen, auf was für eine Welt wir zusteuern. Und dadurch sind wir alle ein bisschen besser vorbereitet und können mit der Zeit gehen. Ich hoffe, das war nützlich für dich. Bis zum nächsten Video.